Yo Freunde, ich bin's wieder, euer GambleJoy. Ich hab mir was überlegt, es gibt ein Gewinnspiel für euch. 6x50€ in PaySafe-Karten sind zu gewinnen. Einfach meinem Kanal auf YouTube folgen, kommentieren, liken für höhere Gewinnchancen und am 28. August wird die Auslosung stattfinden. Viel Glück, viel Erfolg und viel Spaß mit dem neuen Video. Yo Freunde, was läuft, was geht? GambleJoy ist zurück. Eine neue Folge. Wir sind heute wieder im Five Gringos Casino. Ich habe eine Balance von sage und schreibe 7000€. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir gehen rein in Dockhouse Multihold. Heute wird es ein Bonus-Buy-Video geben für euch. Pragmatic Play. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Let's go. Ich hab Bock, ihr habt Bock. Geh ich mal von aus. Ah ne. 1000€ Bonus-Buy. Let's go. Wir gehen rein. Abfahrt. Nur beim GambleJoy. Gerne folgen, kommentieren, liken. Auch fürs Gewinnspielen. Nicht vergessen. Und Abfahrt. Let's go. Ihr gewinnen 7 Spins. Ja, weiß ich schon. Mein neues Lieblingsgame oder eins meiner neuen Lieblingsgames. Direkt 2 Dinger. Okay. Jetzt ein paar Hütten hinterher und dann eine Pfote, Tatze, wie auch immer. Ich komme jetzt immer durcheinander, weil ich es irgendwann falsch gemacht habe. Er macht 2. Nice. Auch gut. Leider nur eine Hütte und nur ein Spin. Aber egal. 1000€ investiert. Das ist natürlich jetzt hier noch ausbaufähig. Ach. Nice. Oben rechts sieht es gut aus. Wenn er hier noch... Das sieht man ja mit der Maus. Wenn er hier noch eine Hütte setzt... Ja! Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Das könnte scheppern. Das könnte scheppern. Nice. 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 Jetzt brauchen wir natürlich noch mal eine Pfote. 912 Euro. Nice. 974. Komm. Mach noch eine. Komm. Ist wichtig. Ist wichtig. Komm. Ja. 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 Super. 462 und er macht 2. Er macht 2. Das könnte gut scheppern jetzt. Komm, mach ein Dreier. 2. Oh. 2 ist gut. 2 ist gut. Wir brauchen nur noch 2 Pfoten. Jetzt mach die einfach. Oh. Blauer Hund. Blauer Hund. Gut. Nur noch eine. 1.922. Let's go. 2.500. Jetzt noch eine. Komm. Eine kriegst du noch hin. Dann haben wir alle auf. Was? Komm. Eine. Auf den letzten. Komm. 1.000 Euro nochmal. Nice. Nice. 3.500. Komm. Eine einzige. Blauen Hund. Irgendwas. Ja. 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 Oh mein Gott. Yeah. Das ist locker ein 1.000 Euro Spin jetzt. Wegen dem Ding. Nur wegen Heiner. Mach 3. Mach 3. Mach 3. Mach 3. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. 4.000 Euro schon, Freunde. Jetzt scheppert es komplett. Jetzt scheppert es komplett. Jetzt müssen wir unten was Gutes landen. Ja. Ist schwierig. 1.286. Wir sind schon bei 5.300. Let's go. Ich bin zurück. Gamma Joy ist zurück. Alter. Jetzt unten rechts noch blauen Hund. Nochmal 800 Euro. Ist auch 10 Euro Einsatz. Schmeckt komplett. Jetzt. Ah. Blauen Hund nochmal. Boah. Unten links. Blauen Hund. 2.543. 2.770 Euro. Wenn ich nicht dabei gewesen wäre, hätte ich es nicht geglaubt. Wir sind hoch auf 14.700 Euro. Junge, was ist im Moment los? Alter Was waren das für Mörderfreispiele? Alter Verwalter 14.000 Euro schon wieder Das schmeckt Mal gucken, wo wir diesmal landen Ei, 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 ei Ey, das ist nicht umsonst mein Lieblingsgelbe im Moment Geh rein Aber auch zu nice Ei, 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 ei Mit dem ersten Bei so ein Brett Fantastisch Fantastisch Dieses Spiel kann so eskalieren Das war gerade mal sag ich mal nur auf dem 10er Alter Verwalter Ich gewöhne mich hier auch langsam an so nice Hits muss ich sagen Also im Moment ist echt Auf einem anderen Level was ich hier abreiße Ich habe 15.000 Euro schon drauf gehabt Jetzt halt die Frage Machen wir nochmal einen Bonus bei oder nicht? Video ist ja sehr kurz gerade Ich habe auch schon noch Bock Boah ey Wäre über nice wenn er so reingehen würde Einfach Ich kann es gar nicht glauben schon wieder Ich kann es gar nicht glauben Richtig surreal Unlogisch Let's go Ich mache es einmal für die Community für euch Gibt es nur beim GambleJule Abonnieren nicht Vergessen Like nicht Vergessen Kommentieren Nicht Vergessen Ich freue mich über den Let's go Ich hoffe ich habe es jetzt richtig gemacht Es sind ja nur 7 Spins War mein neues Lieblings Game Ich vertraue dem jetzt Du hast Komm jetzt Okay In Ordnung Zwei Hütten Daneben Sehr gut Jetzt müssen wir nur weiterkommen Auf das zweite Level quasi Ja Noch eine Noch eine Pfote Komm Komm Mach 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 Jetzt Jetzt wäre wichtig Wenn er die jetzt macht Komm Mach jetzt Mach jetzt Das sieht viel zu gut aus Komm Das ist so ein Potenzial Ja Ja Gut Zwei Stück Jetzt brauchen wir unbedingt Drei Spins eigentlich Sonst ist es schwer Zwei Gut Jetzt direkt Zwei Pfoten Dann nehmen wir Alles gut Boah Sind das viele Hütten eigentlich Aber Shepard nirgendwo 423 Komm Mach zwei Stück Zwei Stück Komm Kein gutes Bild 2400 Aber ich sag euch Das war die Chance Auf 10k Also wirklich Wenn der jetzt hier durchzieht Hätt es so geschallert Boah es war knapp Ich sag immer wieder Gifrist hier Mach das Zuhause auf keinen Fall nach Was ich hier mach Überlass das Den Gamble Joey Okay Vielleicht jetzt einfach mal so rein zu kommen Muss ich mich nicht hier in Teufels Küche bringen Mach mal Täusch nicht mal an Ja jetzt Schade Wenn er zwei macht Drücke ich den rein Komm mach zwei Ding Ding Mach Let's go Mach jetzt Ja nochmal kaufen ist halt so die Sache Das kann ganz schnell dann In die Hose gehen Ach komm Letzte Mal Let's go Wir gehen rein Dann sind wir immer noch bei 10.000 Wenn jetzt gar nichts kommt Wäre halt mies Aber Da kommt jetzt was Der hat ja gerade eigentlich schon Bock Aber Hat sich nicht ganz getraut Come on Wir gehen rein Let's go Abfahrt Hütten 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 Okay Noch paar Hütten Okay gut Reichen drei nebeneinander Weichen Ne mach jetzt nicht so Komm Mach zwei Hütten Und ne Foto Okay immerhin Einer ist so irrenlos Na klar Jetzt Na okay Ich will nichts sagen Wenn er jetzt ne Hütte macht Ne vernünftige Und zwei Dinger Passt das Okay er macht spannend Noch einen Noch einen Komm 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 Mach der nicht 209 Euro und ihr wisst alle was ich mach Auch wenn ich es nicht machen will Komm wir gehen rein Let's go Down auf 8000 Da muss jetzt was kommen Da muss jetzt was kommen Mach 5000 Dann sind wir ja raus Komm jetzt Hütten 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 Mach Hütten 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 Ja 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 Gut Jetzt hier eine mal drei Und zwei Tatzen Oder Pfoten Ich komme nur noch durcheinander Ja Okay Schade Eine Hütte hätten wir noch gebraucht vorher Aber trotzdem gut Drei Schmeckt zwei gut Fünf Fünf ist gut Jetzt noch fünf Jetzt eine Hütte hier oben rechts Komm Ja da ist die Hütte die wir gebraucht haben Die einen runter Wäre gut gewesen 821 gut Sieht nicht gut aus aktuell Eins Fünf Da muss schon einiges noch passieren Aber ein Plus Minus Außer ich mache jetzt zwei Komma blauen Hund wenigstens Aber hier K-Reihe 600 Guck 2,7 Habe ich ja gesagt Ja mach das zu Hause auf keinen Fall nach Let's go Machst du jetzt auch nur weil es so gut lief In der letzten Zeit Kommo Spaß Weil ich das immer mache Komm jetzt Let's go Jetzt mach Schaller einen rein Print Medic Komm jetzt in Five Gringos Gut Sehr gut Sehr gut Da eine Hütte Und zwei Zwei Scatter Eine Hütte Zwei Scatter Am besten in einem Spin Wäre überragend Okay Ja okay Er weiß gut Hauptsache wir kommen da wieder hin Am besten drei Dann haben wir ja fünf Komm Bam Nein Die 189 Bisher ist ein bisschen wack Aber kann noch Oben rechts Ja da ist die Dreier Natürlich Die haben wir vorher gebraucht 572 Gut Ja zwei Stück noch Zwei Spins Wird eng Komm jetzt 549 Jetzt zwei Stück Wäre einzige Rettung Ne Ich meine Ja minus 500 Spiel mit dem Feuer Was ich hier mache Let's go Wir gehen noch mal rein Abfahrt Seht ihr nur hier Komm jetzt Und wir stoppen erst wieder wenn ihr 13.000 oder 14 stehen Let's go Okay einfach random eine ist okay an Scatter Jetzt die Hütten Mach doch mal clean drei Stücke Okay ohne Hütten ins zweite Level Ja Habe ich mir schon gedacht Bisschen schade dann halt ne Weil die Walze ist dann Eigentlich ist es tot hier oben Jetzt wie Neustart Na klar Jetzt zwei Stück Kriegst nur Waster Untereinander Junge Komm dann mach jetzt noch eine 230 Euro Das ist wirklich ehrenlos Immerhin Ich wollte mich schon aufregen Unten links paar Hütten jetzt Komm Jetzt kommen wir ins vierte Level gleich Ohne alles Oder was Komm Nicht mal das schaffen Ja Ja klar Für vier genug Mach zuhause auf keinen Fall nach was ich hier mach So wir gehen in Club Royale VIP Blackjack Und jetzt fetzen wir den richtig Jetzt Fetzen wir den richtig Jetzt geht's ab Pass auf Wie immer Freunde Hey schreiben Wegen der Bindung Okay da Feiert's gar nicht Dass ich Hey geschrieben hab Okay Sorry Und wir machen 4.600 Euro Beide Hände Gewinn Und dann geht's ab Ja Jetzt wird's ehrenlos Gut Gut Gib mir den Blackjack Yes Die 13 Komm Gib mir den 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 7 7 Ja Oh mein Gott Ich hab's geschafft wieder Ich hab's geschafft wieder Oh mein Gott Der wird sich aber keine 21 zurück zusammenziehen Bam Let's go Let's go Let's go Let's go Ja oh Er macht die Asse Und was kriegt der Blackjack und Boah 19 Wenn der 21 Krieg rastig 20 Ja Ja man So Und da sind wir wieder Auf den 13.000 Euro So wie ich's gesagt hab Und damit würde ich's auch sein lassen Das war sehr sehr knapp Was ich schon wieder gemacht Mach das zu Hause auf keinen Fall nach Ich hatte jetzt noch Glück Falls ihr doch mal zocken wollt Check die Links in der Videobeschreibung Vergesst nicht Glücksspiel Kann sich das machen Spiel bitte nur mit dem Geld Was ihr überhaupt Haut rein Macht's gut Bis morgen Euer Germittel Ciao